Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es hier nochmal von mir einen richtig fetten Bombenrohrverbund. Wie ihr seht es ist wieder teilweise oder größtenteils gefächert. Es sind insgesamt 24 Stück von dem Bombenrohrfestival von PANDA. Hier haben wir zum schluss dann nochmal 15 Sandakon Max und beginnen werden wir das Ganze mit viermal Tosh Pyro Bombenrohr. Das soll auf jeden Fall ganz geil werden denke ich. Und da würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich draußen bei der Zündung. Viel Spaß dabei. Zündung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020